Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio Manuela Mahns, entspannt, Mülheim an der Ruhr Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio Olga Wolf, LCN Beauty Center Mössingen Bei Olga Nail & Beauty Mössingen Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio Die Nominierten in der Kategorie Nagelstudio